Hallo und herzlich willkommen auf onlineautomaten-spiele.net. Ich bin Florian und sage euch heute, wie einfach ihr ein Konto beim Euro Casino eröffnen könnt, wie die erste Einzahlung funktioniert und welches Casino-Angebot euch zur Verfügung steht. Auf der Startseite gibt es gleich den großen Button Gratis Download, damit die Software erstmal heruntergeladen werden kann. Optional gibt es aber auch ein Sofortspiel im Browser, wofür jedoch auch nochmal eine Zusatzsoftware erforderlich ist. Insgesamt gibt es nach dem Download also die Möglichkeit, zuerst die Einzahlung vorzunehmen und von dem Bonusangebot zu profitieren. Diese Aktionen werden übrigens nochmal auf der Unterseite Aktionen aufgelistet. Hier gibt es ein Willkommenspaket, welches wirklich sehr umfangreich ist, mit einem unglaublichen Ersteinzahlungsbonus von 1000 Euro. Jedoch sind dort natürlich immer einige Bedingungen zu erfüllen. Ansonsten gibt es aber auch viele weitere Bonusaktionen aufgelistet. Die verschiedenen Zahlungsmöglichkeiten werden ebenfalls transparent auf einer Unterseite angezeigt. Und so gibt es neben den beliebten Klassikern wie Click & Buy, der Kreditkarte oder auch Skrill oder Netella auch viele weitere Möglichkeiten. Insgesamt stehen hier wirklich sehr, sehr viele Angebote für die Ein- und Auszahlung bereit. Jetzt möchten wir aber noch auf das umfangreiche Spieleangebot eingehen, welches auf der Startseite etwas weiter unten bereits angezeigt wird oder natürlich auch in der Downloadsoftware bereitsteht. Diese Spiele sind unterteilt in die Kategorien Spielautomaten, Kartenspiele, Roulette, Videopoker, Livecasino und auch weitere Spiele. Diese können jeweils heruntergeladen oder optional auch mit der Browsersoftware genutzt werden. Um jetzt zum Anbieter zu gelangen, genügt es nun dem Video auf das Anbieterlogo zu klicken. Falls euch das Video weitergeholfen hat, würde ich mich über einen Like freuen und damit ihr keine zukünftigen Videos und Angebote mehr verpasst, könnt ihr gerne unseren Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao.